Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Die erste Episode im Livestream ist durch und wir schauen einfach mal, wie es jetzt ohne Livestream, ohne Ablenkung und so weiter. Ja, weiter geht hier. Ich habe jetzt noch ein bisschen in den Optionen rumgefummelt. Mit ein wenig Glück ist das Geflimmer weg oder zumindest stark reduziert. Sollte es zumindest. Ich habe da einiges nachgelesen und dann dementsprechende Anpassungen vorgenommen. Ich hoffe, dass das jetzt läuft. Allerdings konnte ich noch keine aktuelleren Treiber finden, die mit dem Problem hier zurechtkommen. Das letzte, was ich gelesen habe, war, dass Nvidia mit dem Hersteller zusammenarbeitet und dass danach Lösungen für das Problem gesucht wird. Werden wir sehen, wann das dann soweit ist. Okay, wir haben angefangen, hier Gebäude zu bauen. Schauen wir mal, wie es als nächstes weitergeht. Wir könnten jetzt natürlich weitere Gebäude bauen oder wir begeben uns einfach weiter auf den Kriegspfad und reißen irgendwas nieder. Das mit den grünen Zahlen hier, das ist Bevölkerungsüberschuss, der verbraucht wird, wenn man diese Gebäude bauen möchte. Wir brauchen zum Beispiel vier Bevölkerungsüberschuss, um ein unheiliges Relikt zu bauen, damit wir Chaoskrieger rekrutieren können. Vier Bevölkerungsüberschuss ist schon eine ziemliche Hausnummer. Das braucht man ansonsten für Tier 4 Gebäude und da auch nur fürs Hauptgebäude, noch nicht mal für die Nebensachen. Deshalb ist das für den Anfang gar nicht so einfach, die Chaoskrieger zu bekommen. Sind wie gesagt eher Elite-Truppen. Wir haben derzeit drei Bevölkerungsüberschuss und so wie es im Moment aussieht, brauchen wir noch ein paar Runden, bis das soweit ist. Noch sechs Runden. In sechs Runden ist die Forschung abgeschlossen, die andere schon zum Teil. Und wenn ich jetzt noch ein anderes Gebäude baue, dann verlieren wir auch wieder Bevölkerungsüberschuss. Das bedeutet, wir machen uns erstmal wieder auf die Socken und ziehen ein bisschen durch die Lande, plündern und marodieren. Wie sieht das für Ork-Truppen? Ja, genau. Sehr gut. Wie sieht das für Chaos-Truppen gehört? Hier drüben können wir einstellen, wie sich die Armee verhalten soll. Wir sind derzeit auf mehr oder weniger normale Stellung. Das heißt, wir marschieren kampfbereit durch die Landschaft. Da sieht man auch, in welchem Bereich wir uns bewegen können, wenn wir das machen. Diese Gebirgsketten hier sind unpassierbar. Da kommen wir nicht direkt drüber. Zwerge und Orks haben den Vorteil, dass sie ein unterirdisches Wegenetz benutzen können, das von den Zwergen angelegt wurde. Von den Orks überrannt. Und die können dann durch eine Option hier das Wegenetz benutzen und dort dann unten durchgehen mit der normalen Bewegungsgeschwindigkeit. Das gibt denen zusätzliche Mobilität, was im Gebirge im Süden gar nicht so schlecht ist. Ja, alternativ können wir die Truppen zum Marschieren bewegen. Dann sind wir schneller unterwegs. Ihr seht jetzt gestrichelt die normale Bewegungsreichweite. Wenn wir marschieren, erhöht sich unser Radius. Allerdings sind wir dann nicht mehr in Kampfformation. Wenn wir dann irgendwie in Hinterhalt rennen und so weiter, dann starten wir, glaube ich, nur mit, ich glaube, halber Moral oder so, weil die Leute einfach nicht kampfbereit sind. Wir können uns auch einfach in Feindesgebiet stellen und dort das Plündern anfangen. Dann kriegen wir Ressourcen. Und als Horde. Die Grünhäute sind auch eine Horde. Aber bei den Grünhäuten ist das sogar noch wichtiger. Die Leute sind dann beschäftigt. Die können irgendwas kaputt hauen und gehen nicht gegen sich selbst oder so. Plündern ist im Allgemeinen sehr, sehr positiv. Weil es zum einen Unterhalt bringt, zum anderen die Leute bei schlechter Laune hält. Lager aufschlagen. Da waren wir gerade eben. Da können wir hier mit diesem Baumenü ein bisschen rumhantieren. Da können wir Leute rekrutieren und lauter so ein Schnickschnack. und Stellung kanalisieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich noch nie benutzt. Ich spiele nicht so wahnsinnig viel mit Magie. Dementsprechend ist das für uns nicht sonderlich wichtig. In den Kämpfen gibt es im Prinzip Magiereserven, die man verbrauchen kann, um Zauber zu wirken. Und indem wir die ganze Armee quasi kanalisieren lassen, haben wir dann in der nächsten Schlacht mehr Magiereserven zur Verfügung. Da wir im Moment noch keine Magier haben, ist das erstmal unwichtig. Das könnte mal interessant werden, wenn wir ein paar Magierhelden dabei haben. Aber wie gesagt, im Moment lassen wir das mal noch. Bring mein Mirrorschild. Richtig, ähm, Spiegelschild. In der Originalgeschichte hat Prinz Siegwald eine Eliteleibgarde, die quasi Rundschilde trägt, die golden sind und immer blank poliert sind, damit der eitle Pfau sich in der Schlacht selbst betrachten kann, wenn ihm langweilig ist. Daher kommt er jetzt mit diesem Spiegelschild um die Ecke. Alles klar, ich glaube, ja, da wir uns soweit bewegt haben, fallen solche Optionen hier weg. Wir könnten jetzt nur noch auf Marschieren umstellen, aber nächste Runde sind wir sowieso in Schlagreichweite. Das sollte passen. Hier können wir auch nichts weiter rekrutieren. Dafür müssten wir erst wieder in eine Lagerstellung. Und solange wir nicht im Lager sind, ist das natürlich auch mit Regeneration so eine Sache. Wir sind im Feindgebiet. Wir sind praktisch immer im Feindgebiet, da wir kein eigenes Gebiet haben. Schauen wir einfach mal. Irgendwann müssen wir ein Lager aufschlagen, die Truppen, ja, ausruhen lassen, sage ich mal. Und schauen, dass wir uns ein bisschen regenerieren, vielleicht neue Truppen rekrutieren. Das wollte ich aber eigentlich machen, wenn wir dann Chaoskrieger rekrutieren können, weil wir dann ein bisschen mehr in die Richtung Elite-Truppen gehen können. Ich denke, es wird Zeit, dass wir die nächste Schlacht angehen. Besetzen können wir sie nicht, aber ausrauben. Das sind über 3000 Gunst. Das sollte passen. So, den hier sind wir natürlich auch haushoch überlegen. Das sind alles nur Barbaren, ohne irgendwas. Wir haben richtige Elite-Truppen verglichen damit. Aber als zweite Schlacht nehmen wir das jetzt mal noch mit. Einfach, damit wir Schlachten sehen. So, sortieren wir mal unsere Aufstellung hier. Die beiden angeschlagenen Truppen ziehen wir eher mal ein bisschen zurück. Ich will sie nicht verlieren. Außerdem können wir mit denen vielleicht fliehende Truppen verfolgen. Dann haben die da wenigstens noch was gemacht. Und die Hunde haben eine ähnliche Aufgabe. So, wir haben ein relativ flaches Schlachtfeld. Und dann haben wir hier einen schönen hohen Hügel für unsere Aufstellungszone. Ich würde sagen, da packen wir einfach mal den Todbringer rein. Und der hat dann hier einen relativ guten Bereich in diese gegnerische Zone oder an die gegnerische Zone ran. Ja, das flackert mal wieder. Fantastisch. So, dann bauen wir das Zentrum auf. Ich würde sagen, Chaoskrieger, Außerkorene, Chaoskrieger. Indem ich die in der Reihenfolge gruppiere, werden die auch in der Reihenfolge gesetzt. Das heißt, die mit den Außerkorenen hier kommen ins Zentrum. Die anderen jeweils an die Seiten. Die helle Badenträger packen wir wieder dahinter. Die können dann aushelfen, wo auch immer benötigt. Chaos-Broten könnten, denke ich, den Todbringer ganz gut beschützen. Die halten eine Weile durch. Machen wir da hin. Prinz Siegwald kommt hier hin. Das machen wir mal so. Und die Hunde kommen hier hin. Die Barbaren hier hin. Und können die unter dem Stillen auch den Todbringer beschützen. Aber ich glaube, so weit kommt es gar nicht. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, um mit den Gegnern fertig zu werden. So, das, so wie es ist. Oh, stopp. Bis hierhin, das reicht mir. Du darfst noch auf den Kommandotrupp feuern. Das wäre ganz furchtbar toll. So, die Hunde schicken. Schicken wir mal gegen die Barbarenreiter. Die Hunde dürften schneller sein. Und selbst wenn die gleich schnell sind, sobald die hier das Flüchten anfangen, schießen die wenigstens nicht mehr. Denen geht es richtig gut. So muss das. Kasper Bar mit zwei Endwaffen. Die nehmen eigentlich meine Truppen ziemlich fix auseinander. Bewegen wir mal die Hellebaden-Träger dazu. So, der hier sollte vielleicht mal das Feuer einstellen. So, die treiben die vor sich her. Die machen hier oben das gleiche mit den anderen. Das heißt, gegnerischer Beschuss ist kein Problem. So, und unseren Generalsorg mögen die ins Zentrum stellen, damit alle von seinen Moralfähigkeiten hier profitieren. Generalsreichweite und so weiter. Die schicken wir mal nach hinten. Die können dann aushelfen, wo nötig. Eins zu eins ist eigentlich in Ordnung. Helfen wir hier noch ein bisschen aus, damit der Trupp vielleicht durchhält. Der General ist außerdem ein bisschen weit weg gerade. Deshalb brechen die so langsam aber sicher auseinander. So, der General kommt in Reichweite. Jetzt müssten die sich langsam stabilisieren. Schicken wir den mal noch mit rein. Die beiden können sich um den Trupp kümmern. Die Hunde haben immer noch Spaß hier oben. Wo ist der zweite Hundetrupp? Die haben die von der Platte gescheucht. Das ist okay. Machen wir das so. Dann haben wir den Barbarenreiter-Trupp. Okay. Die Sache ist eigentlich schon gelaufen. Alle feindlichen Truppen sind derzeit auf der Flucht. Abgesehen von denen, die sind nicht offiziell auf der Flucht. Die versuchen sich nur so zu positionieren, dass sie uns beschießen können oder bewerfen, ohne dass wir uns wehren. Darauf könnt ihr lange warten. So, das sind eigene Truppen, die gebrochen sind, aber nicht zerstört. Ah, die sammeln sich schon wieder. Wie gesagt, wir müssen uns demnächst mal sortieren und die Truppen regenerieren lassen. Läuft, du hast einen zerstörten Feind. Ihr könnt mal ein bisschen rumposieren. Das können die Chaos-Truppen ganz gut. Wenn wir die ganze Zeit nur wegrennen, dann können wir auch einen Todbringer ausrichten, denke ich. Aber die haben jetzt nur noch wenige Möglichkeiten zur Flucht. Passt schon. General ist zu weit weg und inzwischen haben sie es eingesehen. Zerstört, die werden sich nicht mehr sammeln. Wir haben gewonnen. So weit, so einfach. Beute nach der Schlacht, war klar. Außerdem haben wir einen magischen Gegenstand erhalten. Ein Amulett des Larnesh. Das hat einen Verstärkungseffekt für 35 Sekunden. Ziel auf einen selbst. Die Geschwindigkeit wird erhöht und der Nahkampfangriff wird erhöht. Und das ist so ein bisschen die Fähigkeit von Slanesh, dass man sich schneller bewegt, dass man schlangenhafter wird, sage ich mal. Also geschmeidiger und schwerer zu treffen im Normalfall auch. Hier geht es jetzt hauptsächlich um die Geschwindigkeit und dass man eben schneller zustößt. Auch nicht schlecht. So, wir haben relativ viele Truppen verloren. Das gefällt mir gar nicht. Allerdings das, was wir verloren haben, waren hauptsächlich Barbaren und ein paar Todeswölfe. Die richtigen Elite-Truppen haben kaum Verluste eingesteckt. Außer diese Chaos-Krieger. Die haben zwei Leute verloren oder so. Drei, meinetwegen. Jetzt können wir uns entscheiden, was wir damit machen. Wir können sie ausplündern. Das gibt richtig dick Kohle. Oder wir erwecken den Stamm. Dann verstärken wir unsere Einheiten. Wir füllen quasi die Barbaren auf. Und das wäre nicht das Schlechteste. Gut. Magischen Gegenstand haben wir erhalten. Das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Wir haben hier unten nämlich Charakterdetails. Und hier können wir quasi die Gegenstände und die Vorteile unseres Charakters nochmal genauer einstellen und angucken. Wir werden im Laufe der Kampagne weitere Gegenstände finden und können den Charakter dann genau so ausrüsten, wie wir das wollen. Wir werden magische Rüstungen finden, magische Waffen, Talismane und so weiter und so fort. Im Moment haben wir, wie gesagt, nur das verzauberte Objekt. Das bleibt doch erstmal im General dran. Kein Grund, das abzunehmen. Wir werden außerdem Banner, Gefolgsleute und Male erhalten. Male des Chaos sind eine Sache, die logischerweise nur die Chaos-Truppen zur Verfügung haben. Zwerge, Orks, Vampire und das Imperium, die kriegen dann andere Sachen noch dazu. Gefolgsleute könnten irgendwelche Lakaien sein, die Dinge für uns erledigen. Die sorgen dafür, dass unsere Truppen sich schneller bewegen auf der Kampagnenkarte. Dann haben wir diesen gelben Bewegungsradius, der wird erweitert. Oder, was weiß ich, wir kriegen einen schönen Ausbilder dazu, der die Truppen mit mehr Erfahrung rekrutieren lässt. Oder, oder, oder. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Da können wir im Laufe der Zeit eine ganze Menge erhalten. Und werden wir auch. Wir sind ja noch ganz am Anfang. So, zusätzlich Fähigkeiten. Wir haben wieder ein Level-Up. Wir können mal gucken, dass wir jetzt entweder eine der besseren Fähigkeiten hier nehmen. Mehr Angriffsbonus, also wenn wir angreifen, in die gegnerischen Truppen reinrennen, ist der erste Angriff dann stärker. Wir können dafür sorgen, dass unsere Rüstung besser ist oder dass wir schwerer zu treffen sind. Das ist jetzt blocken, parieren, ausweichen, solche Geschichten. Oder wir können den Nahkampfangriff, also die Standardangriffe, mit denen wir dann die meiste Zeit verbringen, verstärken. Alternativ könnten wir die Charakteraura ein bisschen verstärken. Dann sind unsere Truppen innerhalb dieser Aura, also in der Nähe des Generals, widerstandsfähiger und besser. Die halten länger durch, haben einen besseren Moralwert, flüchten nicht so schnell. Lauter solche Geschichten. Aber ich denke, wir werden demnächst auf ein paar Anführer treffen, die nicht in den Trupps stecken, sondern tatsächlich als eigene Modelle auf dem Schlachtfeld sind, so ähnlich wie unser Anführer. Dementsprechend wäre es nicht schlecht, gegen die besser zu sein. Ich sage immer, nicht getroffen werden ist besser, als schwächer getroffen zu werden. Aber irgendwann wird man halt getroffen. Und dann ist die Frage, hält man es aus oder ist man danach einfach Asche? Wir probieren das mal. Slanish ist wie gesagt so schlangenhafter Kampfstil. Ausweichen, rumtänzeln, schnell zustoßen. Hau drauf und hau ab, Taktik. Gut, da haben wir einen weiteren Stamm zum Leben erweckt. Was bist du? Du bist Zauberer. Du bist ein Zauberer, Harry. Und den können wir nicht befehligen. Das ist jetzt ein verbündeter Stamm, mehr oder weniger. Eine verbündete Nebensiedlung. Wird weiterhin von der KI gesteuert. Wir sollten vielleicht dieses Teil entweder niederreißen oder dazu holen. Dann gehört es zu einer Region. Man sieht immer, wenn man die Siedlung anklickt, was eine Region ist. Wenn man Regionen vereint, ist das vorteilhaft. Man hat einfach dann die Möglichkeit, einen Erlass in Kraft zu setzen, um mehr Ressourcen zu erhalten, die öffentliche Ordnung zu stabilisieren und so weiter und so fort. Dinge, die die Chaos-Horde eigentlich nicht interessieren, aber unsere Verbündeten vielleicht. Naja, sollen sie das Lager selber angreifen. Wir kümmern uns demnächst dann erst mal um das hier, würde ich sagen. Es ist eine etwas größere Geschichte. Beziehungsweise, das gehört alles zu Krakadrak. Das ist eine Festung der Chaos-Zwerge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit denen brauche ich jetzt eigentlich keinen Stress. Ja, dann fallen wir hier unten rein. Das ist menschenreich. Prag und Volksgrad. Da geht es dann eigentlich schon richtig los mit Chaos-Invasionen. Das ist relativ weitläufig, wie ihr seht. Da können wir uns dann ein bisschen austoben. So, hier regenerieren wir im Moment. Das ist in Ordnung. Können wir hier was... Nein, können wir nicht nach der Schlacht. Gut, damit hat es sich mit der Runde auch schon erledigt. Und wir könnten mal gucken, dass wir uns in Feindesland begeben und dort plündern. Oder alternativ, wir stellen uns hier ins Gebiet von unseren Verbündeten und können die Truppen mal regenerieren lassen. Im Normalfall geht dann ein Fenster auf zu Beginn einer Runde mit Weltereignissen. Dinge, die einigermaßen interessant sind. Aber da ist im Moment nicht viel passiert. Okay, die sind im Moment nicht in Reichweite, wie wir sehen. In den Süden. Da müssen wir sowieso hin. Egal, ob wir das Lager angreifen oder das. Hier nach unten müssen wir so oder so. Also machen wir das einfach mal. Gut. Wie sieht das eigentlich aus mit Bevölkerungsüberschuss? Da sind wir derzeit noch dabei. Das dauert noch vier Runden. Dann können wir das nächste Gebäude bauen. Und in zwei Runden ist die Forschung vorbei. Gut. Chaoskrieger, ich komme. Das wird eine höllenteure Armee, aber praktisch nicht tot zu kriegen, wenn wir damit fertig sind. Da haben wir eine feindliche Armee. Das bedeutet, da ist auch ein General drin. Ein bisschen wie unserer. Natürlich viel luschenhafter. Nicht ganz so eitel. Dafür einen beeindruckenden Bart und einen albernen Hut. Wenige Truppen. Da werden wir sehen. So, wie lange brauchst du? Eine Runde noch. Eine Runde könnten wir eigentlich abwarten, oder? Wir machen das Lager kurz platt. So, wie gesagt, das werde ich jetzt einfach mal simulieren. Der hat wenige Truppen, die auch nicht viel können. Wir sind ihm gnadenlos überlegen. Also können wir auch sagen, das wird automatisch simuliert, das Gefecht. Ihr seht schon entscheidender Sieg. Da ist einfach nichts mehr übrig hinterher. Das ist okay. Jetzt haben wir die Wahl. Wir können es ausrauben oder niederreißen. Wenn wir es niederreißen, kann unser Verbündeter das wieder aufbauen und dann hat er die Region vereint. Das ist in Ordnung. Außerdem sind wir Chaos. Wir reißen Sachen nieder. Bums. Da ist es schon passiert und dieser Pfeil zeigt an, dass Siegwald mal wieder Level-up hatte. Wir sorgen dafür, dass er weiterhin schwer zu treffen ist. Sehr in Ordnung. Rang 4. Wann wird es interessant? Rang 8. Rang 8. Rang 8. Rang 8 wird wirklich gut. Und dann schauen wir mal. So, eine Runde noch für die Forschung. Das sollte kein großes Problem sein. Ah, plus 3%. Alles klar. Chaos Korruption neigt sich Richtung 33%. Das heißt, bei denen wird jetzt jede Runde 3% Korruption hinzugefügt, bis die auf einem Drittel sind quasi. und ein Drittel Chaos Korruption sorgt schon dafür, dass die öffentliche Ordnung zum Teufel geht, dass feindliche Armeen Verschleiß erhalten, einfach weil die in unserer Nähe sind. So, Weltereignisse. Wir haben eine Technologie erforscht. Das ist in Ordnung. Da gucken wir mal ganz kurz hier rein. Wir nehmen durchs Ausrauben von Siedlungen mehr Geld ein. Das ist super. Wir könnten jetzt entweder hier Schädel für den Thron, mehr Beute nach einer Schlacht, das wäre auch richtig gut, oder in einer Runde für 5000 Gunst. Das hier, dann schalten wir den nächsten Baum frei. Das war mehr Einkommen, Chaos Hunde, Chaos Barbaren, Chaos Barbaren, Chaos Barbaren. Hier will ich eigentlich nur das hier. Aber wir machen vorher mal das hier noch fertig. Beute nach der Schlacht ist eigentlich eine tolle Sache. Gut. Jetzt sind wir noch zwei Runden beschäftigt für diese Sache mit dem Überschuss. Dementsprechend haben wir da noch Luft. Wir könnten mal gucken, dass wir einen weiteren Kommandanten rekrutieren. Wir können hier auch die anderen legendären Kommandanten rekrutieren. Allerdings haben die besondere, ich sag mal, Voraussetzungen. Um Archeron zu erhalten, müssen wir zehn Gruppen von Gefangenen nach Kämpfen freischalten. Okay. Abschlachten, oder? Ja. Das wird noch eine Weile dauern. Und Kolek? Dafür müssen wir ein bestimmtes Gebäude bauen. Das wird auch sehr lange dauern. Davon abgesehen, haben wir hier jede Menge andere Möglichkeiten, Dinge zu rekrutieren. Der ist Kriegsherr, der ist Meisterhexer, der Leere des Metalls. Leere Metall, Leere Tod. Das würde mich zum Beispiel schon mal sehr interessieren. Er ist Militärerbe, Führerschaft plus zwei in fremdem Territorium. Er ist also richtig gut darin, feindliche Truppen, äh, ähm, Quatsch, eigene Truppen ins Feindesland zu führen. So rum. Er kämpft auf feindlichem Gebiet besser. Bei den Frostlandern hier sind wir im freundlichen Gebiet, da bringt das aber nichts. Was ist er? Melancholisch. Er ist nicht so gut gegen feindliche Helden. Das gefällt mir gar nicht. Er ist blind. Na super. Mehr Angriff, aber weniger Abwehr. Er haut einfach wild um sich. Man hat jede Runde eine andere Auswahl für die Kommandanten hier. Und die haben auch jedes Mal andere Fähigkeiten. Er ist leicht reinzulegen. Ja, feindliche Helden, die ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auftauchen, können zum Beispiel Attentate starten, die können Truppen demoralisieren und verhindern, dass Armeen vorankommen. Ähnliche Geschichten. Und da er leicht reinzulegen ist, ähm, ist es wahrscheinlicher, dass gegnerische Helden damit Erfolg haben. Gefällt mir gar nicht. Er ist langsam auf der Kampagnenkarte. Er ist ein ziemlich guter Anführer. Mir wäre aber eigentlich einer recht, der Magier ist und Vorteile beim Rekrutieren hat. Deswegen schauen wir da jetzt einfach mal jede Runde rein. Irgendwann werden wir einen schönen Kommandanten finden, den wir rekrutieren und den lassen wir dann hier im Freundesland, der kann dann eine eigene Armee ausheben, Elite-Truppen ranschaffen und Sieggewalt quasi auf die Art unterstützen. Gut. Schauen wir einfach mal hier rein. Wir haben uns zu weit bewegt zum Plündern, aber das ist kein großes Problem. Wir gehen einfach mal ganz dreist hier rein und schauen mal, ob der uns angreifen will. Ich glaube nicht dran, aber man kann ja mal gucken. Ansonsten müssten wir gleich den Bevölkerungsüberschuss haben. Nö, er zieht den Schwanz ein und macht sich davon. das ist außerdem nur eine kleine Siedlung ohne feste Verteidigung, sage ich mal. Eine Verteidigung, dann wäre über diesen Schriftzug hier wie so eine Art Zinnen auf Mauern. Dann ist es befestigt. Okay, wir haben ein Ereignis und das Auge öffnet sich. Die Chaosgötter bemerken ihren Champion, sind sich jedoch selten einig. Korn verlangt Gemetzel, Sinch dagegen eine dezentere Vorgehensweise. Richtig, hatte ich am Anfang schon erklärt, die Chaosgötter haben da unterschiedliche Ansichten, wie eine Sache gemacht werden sollte. Wir können uns jetzt quasi entscheiden, entweder wir halten uns an Korn und Gemetzel oder an Sinch und eine etwas zurückhaltende weitere Herangehensweise. Wenn wir uns für Korn entscheiden, erhalten alle unsere Streitkräfte für sechs Runden sechs Nahkampfangriffen mehr. Wenn wir uns für Sinch entscheiden, werden Heldenaktionen günstiger, weil die Helden eben Intrigen machen, die manipulieren, die sabotieren, solche Geschichten. Wir haben aber im Moment noch keine Helden, deshalb bringt uns das nichts. Deshalb halten uns erstmal an Korn. Macht hoffentlich Sinn. Now. So, Bevölkerungsüberschuss 4 passt. Das bedeutet, wir können jetzt mal hergehen und dieses Ding bauen. Das kostet nur 750 Gold. Ist klar, so ein Zelt ist nicht teuer. Chaoskrieger werden günstiger im Unterhalt und wir können Chaoskrieger rekrutieren. Dauert jetzt eine Runde und dadurch, dass wir Dinge aufbauen, sind wir jetzt erstmal ans Lager gebunden, bis die fertig gebastelt haben. Macht aber nichts, dann können wir hier nochmal die Truppen ein bisschen verstärken. Die regenerieren sich dann in der Zeit. Selbst er hat eine Runde Ruhe nötig. Aber das wäre es dann auch erstmal für heute. Wir haben einiges geschafft. Wir haben einen Verbündeten hier oben im Norden, was gar nicht so schlecht ist. Wir haben eine Siedlung niedergerissen, damit die das Gebiet vollkriegen. Und wir sind schon vorgedrungen ins imperiale Gebiet. Das ist eine der vielen imperialen Fraktionen. Das ist jetzt Kislev zum Beispiel. Ui. Und da kommt noch einiges mehr. Hier sehen wir die Hauptstadt der Region und da sehen wir auch diese Zinnen oben dran. Das ist eine befestigte Stadt. Um die einzunehmen, müssten wir eine Belagerung spielen. Wird aber auch noch kommen. Und die Chaos-Korruption hier neigt zwei Dritteln. Die werden richtig Stress kriegen. Ihr seht schon, die öffentliche Ordnung nimmt ab. Wegen der Korruption minus zwei. Wenn die Korruption zunimmt, wird das immer schlimmer. Und in 107 Runden gibt es eine Rebellion. Dann taucht hier eine Chaos-Armee auf. Oder eine menschliche Armee. Je nachdem. Und fängt an hier zu plündern, zu Brandschatzen. Und vernichtet im Prinzip die Umgebung und die Armeen hier. Und solche aufständischen Armeen zusammen mit unserer Streit macht es einfach zu viel für die meisten Gegner. Allein, dass wir da sind, ist schon ein Problem. Dass wir zusätzlich noch kämpfen, ist dann Overkill. Gut, wir sehen uns morgen wieder, hoffe ich. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen mehr Chaos anrichten. Ein bisschen Verwüstung und so weiter. Bis dahin, macht's gut, Halle Johnsteif, ciao Freunde.